Jetzt bist du sicher wütend auf mich, Geständnis-Teddy. Patrick, ich muss mit dir reden. Nein, komm nicht rein. Ich bin nicht angezogen. Es sieht aus wie im Saustall und alles ist völlig verstrahlt. Patrick, was soll das? Wo bist du? Und wieso sind die Lichter aus? Ich bin hier. Ich komme sofort. Der Ollo-Zuverlässige.